Lohnt sich das? Ne, das ist nicht wahr, ne? Absolute Kleinigkeit hier. Es geht hier los, ich glaube es nicht. Der hat sie alle mitgemacht. Der Krach hat ein Zeichen. Ihr seid uns am Abend, nennen wir hier. Ihr kommt hier mit allen Mann rein. Hier sprengt ihr das Studio. Das ist ja nicht wahr hier. Unwahrscheinlich hier. Es ist wahr. Das ist doch eins. Das war ja mal zu kriegen. Album. Ba-daa. Ba-da-da. Ja. Wahnsinn, erzähl mir das wohl. Gute Röden. Ja, ich denke, ich glaube es auch nicht, wir gehen weiter, solange ich jetzt hier das ganze Schmüllte mit dem Rest ganz so sagen, weiß ich noch nicht, verstehe ich, ohne die, wir machen Werbung, Geld verdienen, ein bisschen Geld verdienen, so lange laufen die Rödenkumpe. Jo, Jo, Jo. Vielen Dank, lieber Stefan, liebe Zuschauer von Center TV, die Prinzengarde Köln freut sich, Ihnen heute Abend hier und euch die Referenz erweisen zu dürfen mit dem Marieschentanz der Prinzengarde. Marieschentanz! Marieschentanz! Marieschentanzanz! Marieschentanz! Marieschentanz! Marieschentanzanz! Marieschentanzanzanz! Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018